Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben um 9 Uhr unseren Warnstreik planmäßig beendet. Der Warnstreik war aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Ihr habt toll mitgemacht, ihr wart aktiv dabei, wir haben viele tolle Aktionen gesehen. Wir denken, dass es ein deutliches Signal in Richtung Arbeitgeber war, dass die gesamte Mannschaft hinter den Forderungen steht und geben uns für die zukünftigen Verhandlungen noch einmal den notwendigen Rückenwind mit auf dem Weg. Herzlichen Dank an alle diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben, die sich eingebracht haben und so einen tollen und wirkungsvollen Warnstreik mit organisiert haben. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Ich kann mich vollumfänglich anschließen, was Thorsten gesagt hat, ihr wart großartig. Unmittelbar nach dem Warnstreik ist der Arbeitgeber auf uns zugekommen und hat uns aufgefordert, an den Verhandlungen zurückzukehren. Wir sind jetzt dabei zu planen, morgen in den Nachmittagsstunden die Verhandlungen fortzusetzen. Voraussetzung ist, dass natürlich unsere Verhandlungsbegleitkommission entsprechend anreisen kann und das planen wir im Moment und werden sehen, ob das funktionieren kann.